Es geht los! Wisst ihr, das ist der Skiort am Mont Ormond. So, ich habe natürlich nichts ausgewählt, aber ich bin beim Jen. Hauptsache, ich habe gerade meinen Sprint-Boost aus Versehen benutzt. Ich bin auch in einem Jen. Wie hast du den aus Versehen benutzt? Weil ich Sprinten gedrückt habe. Das ist nicht aus Versehen. Das ist einfach nur dämlich. Ach, da kriegst du einen extra Boost nochmal. Ja, das hast du doch auch. Nur wenn du Rennen drückst, dass du los sprintest. Aber es hat halt eine Cooldown-Zeit. Ne, das habe ich nicht. Wusste ich nicht, was es gibt. Das habe ich auf dem iPhone. Da hatte ich das. Oh, irgendwie war es schon angeschnetzelt. Dynasty V-Fans. Wie weit bist du? Ich sehe zum Beispiel bei mir die Hütte. Siehst du die auch in der Mitte, die große Hütte? Ja. Das ist die Krankenschwester. Also nicht die Krankenschwester. Du weißt, was sie immer zur Krankenschwester sagt. Ne, die sich so morphen kann, oder? Die singende. Ach, die Hasenfrau. Ja. Die Axtschweißende. Ich habe sie kurz singen hören. Mach weiter. Ich habe drei Viertel. Ich auch. Ich will sie wieder singen. Okay, ich habe es gleich. Ja, ich höre sie auch. Sie ist bei mir. Sie ist bei mir. Ich ziehe jetzt durch. Ich auch. Okay, sie hat mich erwischt. Fick doch die Bumse, ey. Ich war vielleicht noch zwei Sekunden. Sie tritt lieber gegen den Jen. Ich habe fast fertig gewesen. Ich auch. Bin oben in der Hütte drin. Ah, dann gehe ich da nicht hin. Ne. Irgendwenn anders hat sie gerade, glaube ich, gerade. Irgendwer schreit. Sehr gut. Ein Jen. Ist das deiner? Ja. Okay, sie ist oben in der Hütte drin. Sie ist gerade an mir vorbeigerannt. Sie verfolgt deine Stevie-Fan. Oh, ich habe hier noch einen Jen. Da ist so eine kleine Mingi-Hütte. Sehr geil. Scheiße. Wo ist denn die? Ah, okay. Ah, eine blöde Taschenlampe bekommen. Oh, okay, okay. Das Problem ist, mein Jen war fast fertig. Wo war der denn? Oh, mir hilft einer. Sehr gut. Mein Jen war fast fertig. Nein, er will den Gehengten. Ne, er will in der Kiste gucken. Okay, er ist... Ja, er macht wieder den Jen kaputt. Okay, ich sehe den Killer. Sie strunzt hier rum. Kommt jetzt wieder Richtung große Hütte. Okay. Kämmt so ein bisschen ab. Ne, er kämmt eigentlich nicht, aber sie spottet schon Richtung Gehengten. Jetzt ist sie direkt beim Gehengten. Oh, da wird der andere, glaube ich, gerade hin. Ich habe... Mir fehlt noch ein Viertel. Wo bist du eigentlich? Ich bin oben. Ich beobachte. Soll ich dich heilen? Oh, das wäre schon geil. Ich bin da jetzt, wo der Jen jetzt fertig ist. Achtung, und zwar... Ich rette sie. Was war das? Das wird mein Ende sein. Sehr gut. Aber wenn ich sie noch mal so gerettet habe, dann könnte ich sie ja mal heilen. Scheiße. Wo bist denn du? Ich bin direkt beim Ausgang. Okay. What? Ich heile die eine. La, 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 la. Ich stecke mich mal kurz hier in einem Schrank. Ich bin bei der großen Hütte eigentlich. Wir sind alle bei der großen Hütte. Hase ist bei uns. Nein, was rennst du zu uns? Ich? Nee, der andere Typ hier. Okay, dann suche ich mal noch einen Jen. Das höre ich dir aber sehr laut. Okay, sie heilen nicht. Okay, Raiden hing der schon. Ah, da oben ist noch ein Jen. Wir machen jetzt den einen Jen gleich zu zweit. Ansonsten ist ja noch einer in der großen Hütte. So, okay, wir haben gleich ein Viertel. Oh, da haben wir viele Fähigkeiten, Checks. Oh, ist ganz bei mir in der Nähe. Ah, wir sind genau gegenüber auf der anderen Seite der Hütte. Komm zu uns, komm zu uns. Ich rette ihn. Mann, mach doch die Funzel an. Alter, die Funzel ist der letzte Scheißhaus. Fick Mist, ey. Voll in die Rübe gerunzelt. Und trotzdem haut sie mir einfach die Axt in die Fresse. Was ist denn das für ein Scheiß? Diese Taschenlampe ist der letzte Müll. Echt, die kannst du einfach nur... Die kannst du so, wie sie ist, in die Tonne kloppen. Der letzte Rotz. Genau in ihre hässliche Hasenfratze reingeleuchtet. Die hängt mich im Keller. Jetzt wickelt ihr die Eier und... Fuck you. Also ganz ehrlich, diese scheiß Taschenlampe, die bringt nur Ärger. Ja, wäre ich einfach weggerannt. Die ist so kacke, diese Taschenlampe. Ich benutze sie einfach nicht mehr. Da willst du einmal was ausprobieren. Es ist immer der letzte Müll. Ist jemand bei dir in der Nähe? Ich sitze oben auf einem Hügel und mache einen Generator. Sie kommen... Ich kann zu dir kommen. Sie kommen zu mir langsam. Langsam, aber sicher. Sie kriechen sie zu mir. Ich verstehe das nicht. Ich habe sie doch geblendet. War genau auf ihre Fresse. Genau auf ihre Fresse. Sie wirft und weiß instant, wo ich bin. Das verstehe ich nicht. Das kann ich absolut nicht raffen. Ups. Okay. Der eine rettet mich. Hauf ich. Ja, er kommt runter. Ja, rettet mich. Ach, fuck. Sie hat mich mit ihrer scheiß Axt erwischt. Na, die ist echt... Sie hat noch nach mir geworfen, weil ich die Palette umgeschmissen habe. Fuck, ey. Das war schlau von ihr. Das war sehr gut von ihr. Er heilt mich. Also mit der Taschenlampe, das probiere ich nicht nochmal. Das geht immer in die Hose, ey. Das ist wie ein Schiss im Nacken. Ich hänge. Da könnte ich die Taschen einfach nochmal ausbreiten. Sehr geil. Natürlich tritt sie jetzt gegen den Jen. Weil hier bei mir ist. Ist sie bei dir? Ja, oben auf dem Hügel. Ich hänge da unten. Sie ist oben auf dem Hügel. Ich bin links neben dir. Du siehst doch mich da hinter dem Baum. Sie ist rechts von mir. Kann ich dich halten? Ah ja, das ist gut. Kann ich jetzt? Ja, du kannst mich retten. Sicher? Ich sehe sie nicht mehr. Ich sehe sie nicht mehr, ja. Hau dann nach links ab, ne? Hau ab. Ich versuche den Hit abzukriegen, wenn was ist. Sie kommt nicht. Indirekt hinter dir. Ich höre sie doch. Hören tue ich sie auch, aber sehen tue ich sie nicht. Hock dich da irgendwo hin. Heil mich. Schnell. Nein, geh weg, geh weg. Sie schmeißt. Hat sie dich erwischt? Ja, sie hat mich erwischt. Ich weiß nicht, wie das ging. Sie ist hinter dir, Herr. Sie wirft nach dir. Heil dich, heil dich hoch. Ich dachte, ich soll abhauen. Was jetzt? Heil dich hoch. Ja, ich habe zwei Drittel, ein Viertel, wenn überhaupt. Ein Drittel. 50 Prozent. Wow, ich habe sie echt mal geblendet. Ach, diese Bitch. Ja, Alter, das ist aber auch ein Zufall, oder? Ja. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Krieg ich irgendwo hin, wo sie dich nicht findet. Ja, ich weiß. Ja, fuck, ey. Fuck. Fuck. Es ist so ein Zufall, dass sie wirklich genau in der Sekunde... Die wollte wahrscheinlich mich treffen. Oh, ja, sie hat mich. Sie sucht mich. Sie hat mich. Sie hat mich. Dann musst du eigentlich liegen bleiben kurz. Irgendwo im Grasbüschel oder so. Nee, nee, ging nicht. Ich lag mitten im Schnee. Ich wollte in so einen fetten Busch. Sie trägt mich in den Keller. Fuck. Ich bin in deiner Nähe, aber... Ich versuche sie wegzulocken, indem wir das Ding aufmachen. Komm jetzt. Hör auf, das Ding aufzumachen. Heil doch. Okay, wir schaffen das. Ist sie bei dir? Nee. Aber ich höre das ja auch nicht richtig. Ich bin ja im Keller und kämpfe und da ist immer eh laut. Fuck, das andere Ding ist offen. Dann können wir das andere Ding jetzt auch aufmachen. Und dann direkt hoch aus der Hütte. Direkt aus der Hütte. Ich versuche den Hit abzukriegen. Bei dem Hauptausgang. Treppe hoch, dann rechts der Ausgang. Treppe hoch, dann rechts. Treppe hoch, dann rechts. Dann rechts den Ausgang. Rechts den Ausgang. Rechts vom Fenster. Und da siehst du schon den Ausgang dann. Ich laufe Claudette hinterher einfach. Ja genau, da hinten ist er. Hier rechts jetzt. Warte auf mich. Komm. Oh Gott, Gott sei Dank. Sehr gut, geh, geh, geh. Ich fange alles ab. Ihr seid der Hammer. Ihr seid richtig gut. Sehr gut, alle. Geil, wir haben beide Dinger, die auf dich gingen, haben wir abgefangen. Ihr seid gut. Richtig gut gewesen. Dieses alte Scheißhaus-Hasen-Biest. Alter, Lads war das gut. Alle abgefangen, ey. Das muss man echt sagen. Das Teamplay ist hier, die Leute spielen wirklich richtig zusammen. Boah, das war eine richtig geile Runde. Alter, da habt ihr richtig viele Punkte abgesahnt. Das war eine richtig geile Runde. Trotzdem hat der Hase die meisten Punkte erwischt, obwohl er gar keinen gekillt hat. Ja, weil er so viele getroffen hat. Ja, er hat sauviele getroffen, hat alle angeschnetzelt, aber er hat auch nicht gekämmt oder so. Das hat es echt gut gemacht. War fair. Nee, fand ich auch. Fair Play auf jeden Fall. Warte mal, da müssen wir natürlich hier. Hat es den Spaß? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Da kriegt der kleine Wunderhase auch mal einen Daumen hoch. Daumen hoch. Oder ach, natürlich. Na klar. Vielen Dank.